Zum bereits achten Mal startet in Schörfling am Attersee das europaweit einzigartige Einzel- und Mannschaftszeitfahren rund um den Attersee. 2018 geben wieder 1200 Radrennfahrer vor allem aber auch die österreichische Elite im Rahmen der Radbundesliga ihr Bestes. Die 47 Kilometer lange Uferstraße rund um den Attersee ist während des Rennens für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Es herrschen also perfekte Rennbedingungen, da auch noch das Wetter super mitspielt. Vor einem Jahr hat hier an dieser Stelle die damalige Mannschaft am Platz BMC die Mannschaftsbundesliga gewonnen. Heute ist MyBikeStevens Ersatz geschwächt mit einigen Kranken, einigen Verletzten. Julian Grober, wie siehst du die Ausgangsposition? Ja, es sind leider einige Ausfälle bei uns. Jetzt haben wir wieder zwei Mann verloren mit Gerd Fiedler und Max Kuhln und jetzt bin ich gesprungen halt, dass wir sechs Mann stellen können. Es wird sicher schwierig werden, aber das Ziel ist Top 3 ganz klar und wenn wir einen guten Tag haben, ist das sicher möglich. MyBikeStevens liegt auf dem siebenten Tabellenrang. Neben Julian Grober sind Janosch Pelikan, Andi Baitz, Rob Korosec, Thomas und Andreas Umhaller am Start. Mit einer Zeit von 55-43 belegt das Team am Ende Platz 6. Einer der jüngsten Teilnehmer Mario Gamper, der sicherlich sich schon auf nächste Woche freut auf den großen Auftritt bei der Weltmeisterschaft, die Mannschaftszeit fahren. Ist das heute für euch ein echter guter Test? Ja, es ist der letzte Test. Wir waren letzte Woche im Trainingslager in Grado, haben da sehr, sehr gut gearbeitet und heute als letztes Finale nochmal einen guten Test. Obwohl man sagen muss, wir sind mit einer anderen Besetzung wie bei der WM am Start, weil der Skinagel Johannes zurzeit bei der Slowakei-Rundfahrt ist mit Bora, aber nächste Woche wird es dann sicher sehr, sehr gut. Was wäre denn heute aus eurer Sicht ein Erfolg? Mal schauen, wie man mit den guten Teams, mit den österreichischen mithalten kann. Wir sind uns bewusst, dass wir mit Profi-Teams nicht mithalten können, aber in unserem Alter mal gegen Wels oder auch gegen Ringhoff mithalten, ist einmal die Devise. Dieses Vorhaben geht jedoch nicht auf. Trotz sehr enger Kurvenfahrten landet das Tirol-Cycling-Team mit einer Zeit von 55,45 auf Platz sieben. Zur Bestzeit fehlen schlussendlich drei Minuten und acht Sekunden. Da für die Wertung die Zeit des dritten Fahrers zählt, macht es nichts aus, dass beim Team WSA-Pushbikers nur vier Fahrer am Start sind und dass zusätzlich Felix Ritzinger nach circa zehn Kilometern zurückfällt. Die anderen drei, also Joshua Harrison, Christian Grasmann und Helmut Trettwer, bleiben zusammen und belegen mit einer Rundenzeit von 55,10 den vierten Platz. Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt stolze 51,4 kmh. Helmut Trettwer, sehr anstrengend war es, habe ich gehört. Es war wirklich eine sehr, sehr selektive Generalprobe für die WM, glaube ich. Ja, für uns ist es nur zum Testen gewesen. Wir waren heute nur mit vier Mann am Start. Leider hat der Felix Ritzinger schon auf 500 Meter defekt gehabt. Also waren wir eigentlich nur drei Mann, dann die 47,5 Kilometer und dementsprechend hart war es für uns. Aber es geht um das Material testen und Rückmutzung kommen und wir sind gute Dinge für nächste Woche, wenn wir dann zu sechs sind. Und schauen wir mal, was dann da rauskommt. Mit einem internationalen Etappensieg als Empfehlung kommt Yannick Steimle hierher ins Salzkammergut. Was kann man von der Vorarlberger Mannschaft erwarten? Ja, ich meine, wir hatten nicht die große Vorbereitung für das Mannschaftszeitfahren. Wir fahren viel unterwegs bei Rundfahrten und die Mannschaft für die WM ist in Italien. Die einzelnen zwei WM-Starter sind der Can und ich heute. Und ja, ich denke mal, wir sind die Lokomotive fürs Team und wir schauen, was geht und geht natürlich unser Bestes heute. Was ist das Charakteristikum an dieser Strecke heute? Ja, ich meine, die eine Seite vom Addersee ist relativ flach, aber auf dem Rückweg kommen wir dann schon an die Grenzen mit den ganzen Wellen. Und ich glaube, dass heute das Wetter auch eine Rolle spielt, weil eventuell könnte es zum Regnen kommen. Und auf dem Hinweg hat man Gegenwind und auf dem Rückweg Rückenwind. Und ja, ich denke mal, das Lottospiel ist hier, so viele wie möglich ins Ziel zu bringen. Als Dritte in der Gesamtwertung nimmt die Mannschaft aus dem Ländle die 47 Kilometer in Angriff. Jannik Steimle, Gian Friesecke, Johannes Hirschbichler, Manuel Bosch, Patrick Jäger und auch Martin Meiler wollen ihren Teamgeist zeigen. Jäger und Meiler verlieren schon nach sieben Kilometern den Anschluss an ihre Mannschaftsgefährten. Die anderen vier ziehen aber gemeinsam durch und bewältigen das Rennen in einem Schnitt von 52,2 kmh. Das Team Vorarlberg kommt nach 54,16 ins Ziel. Am Ende belegt die Mannschaft aus dem Westen damit Platz drei. Ja, für uns ist das eine schöne Überraschung. Es war richtig hart von Beginn weg. Wir haben sehr schnell zwei Mann verloren und das ist der Grund, wenn man zu viert ist, dann wird es viel härter. Jeder muss viel mehr Führung übernehmen. Und insgesamt eine gute Generalprobe, dass man weiß, wo man steht vor der WM. Für das Team ist es sehr schön, aber es sind nur zwei, die heute gefahren sind, starten nächste Woche an der WM. Ich nehme an, Andreas Hofer denkt gerne an das Vorjahr zurück, da hat die Mannschaft von Rinkhofer-Dwarrix nämlich völlig überraschend, muss man sagen, aber verdient gewonnen. Glaubt man, dass man heuer so einen Hus-Anstieg wieder zusammenbringt? Ja, also wir sind das ja ein bisschen besser aufgestellt als voriges Jahr. Und formtechnisch glaube ich, nächste Woche die Weltmeisterschaft da ist. Also unser Ziel ist auf jeden Fall wieder, dass wir gewinnen. Der Rennstall aus Steier liegt mit 110 Punkten auf dem zweiten Rang in der Mannschaftswertung und startet bereits in der WM-Aufstellung. Mit einem Schnitt von 53 kmh umrunden Dominik Rinkhoff, Andreas Hofer, Patrick Bosmann, Markus Freiberger, Jonas Rapp und Andreas Graf den Attersee. In einer Zeit von 53,28 belegen sie damit Platz zwei. Andreas Graf, routinierter Bahnfahrer, Zeitfahrer, wie war es denn aus Ihrer Sicht heute? Im vergangenen Jahr hat das Team den Sieg davon getragen, heute war es immerhin wieder ein zweiter Platz. Offenbar liegt euch diese Runde. Diese Runde liegt uns, ja. Wir haben uns auch wieder vorgenommen, dass wir hier gewinnen. Heute hat es leider nicht ganz gereicht, aber wir können uns nichts vorwerfen. Wir haben jeder von uns alles gegeben und haben gekämpft bis zum Schluss und versucht, dass wir noch gewinnen. Aber wie beim Zeitfahren halt, da heißt es dann die Karten auf den Tisch legen und das haben wir heute gemacht. Das hat nicht ganz gereicht. Sie sind zweiter geworden, trotzdem waren Sie wesentlich schneller als im Vorjahr. Ja, wir haben sich besser vorbereitet, weil wir schon vermutet haben, dass die Welser das von letztem Jahr nicht auf sich sitzen lassen werden und auch besser vorbereitet hierher kommen werden. Und nächste Woche sind ja die Weltmeisterschaften, wo wir alle starten werden. Da wollen wir uns kein Blödsinn geben und deswegen sind die Zeiten auch schneller. Stefan Rabic, die Mannschaft von Felber-Meyer-Wels, will heute den Sack zumachen, sprich die Bundesliga-Mannschaftswertung endgültig für sich entscheiden. Steht das im Vordergrund oder steht eher im Vordergrund, dass es ein Test für die WM nächste Woche sein wird? Ich glaube, es ist bad. Also ein Test für die WM und der Anfangsende Niederlage, was wir vorher gesagt gehabt haben, sollte man schon schauen. Also wir wollen das unbedingt heute gewinnen. Ich glaube, dass da eigentlich nicht die Radbundesliga halt jetzt in Vordergrund, sondern eher für die WM und wie die Mannschaft der ersten Test, wie sie harmoniert, die Ablösung. Wir haben ja ein kleines Trainingslager noch gehabt und ich glaube trotzdem, dass man heuer jeder eine Form hat. Nicht so wie vorhin gesagt, aber ich bin, glaube ich, mit drei Wochen schon im Krankenstand halbiert und ich glaube, dass es heute auf jeden Fall viel besser wird. Also man will unbedingt auf einen tollen Saisonabschluss hinarbeiten, das Doppel zwischen Judendorf und hier am Artersee. Ja genau, aber Judendorf ist sehr stark heuer besetzt. Also das wird Karl-Heiter-Spiel, das ist, glaube ich, heute leichter, wobei jedes Rennen ist schwer zum Gewinnen. Aber ich glaube, dass wir gute Dinge sind. Rieke ist stark, Pippo, mit Matthias, mit Lena, Daniel, mit Mange, ich glaube, das sollte eigentlich hinhauen. Ebenfalls in der WM-Aufstellung unterwegs sind Riccardo Zeudl, Stefan Rabic, Matthias Kritzek, Daniel Lena, Matthias Mangatzeder und Filippo Fortin. Fortin verliert im letzten Drittel der Strecke den Anschluss. Der Rest der Mannschaft fährt aber bis zum Schluss im Höchsttempo um den Artersee. Das Team Felbermayr-Simplan-Wels pulverisiert die bisherige Bestzeit, fährt um über 50 Sekunden schneller als Krinkow-Adwarix und erreicht nach 52,37 das Ziel. Mit einem Schnitt von 53,8 kmh hat das oberösterreichische Team den Tagessieg redlich verdient. Eine tolle Vorstellung hat Felbermayr-Simplan-Wels heute abgegeben rund um den Artersee. Man hat gemerkt, was zeitmäßig drin ist. Zweieinhalb Minuten schneller fast als der Sieger des vergangenen Jahres. War das ein gelungener WM-Test? Ja, ich glaube schon. Wir haben gegenüber letztens sehr viel gelernt. Es ist wirklich jeder in super Form mit den Trainingsloggen und wirklich einen guten Feinschliff, dass wir eine gute Harmonie haben. Es ist wirklich jeder super gefahren. Wir haben eigentlich fast keine Fehler gemacht. Und wir haben uns sehr gefreut, dass die Generalprobe jetzt eigentlich so gut gelungen ist. Kann man diesen Rundkurs rund um den Artersee mit dem WM-Kurs nächste Woche in Tirol vergleichen? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also, erstens ist es mal 20 Kilometer länger. Mit dem Anstieg am Schluss muss man die Taktik auch wenig so ausführen, dass man da mit vier Leuten auf alle Fälle noch rüberkommt. Aber es war mal eine schöne Belastung. Wirklich eine Stunde Vollgas. Und ja, es war sicher eine gute Generalprobe. In der Mannschaftswertung führt nun Tim Felbermayr mit 170 Punkten, vor Tim Krinkow mit 135 Zählern und Tim vor Arlenberg mit 128 Punkten. Das Finale der Radbundesliga findet in Jugendorf Straßengel statt.